aussie hier ich würde sagen dass wir da auf die berge rauf gehen für höhere Positionen und so ja wir müssen da jetzt eh n ja ich meine auch allein wie ein Kopket und so 105 abhin schön ab gut hinter dir abhin aber einer noch warte warte lasst ihn irgendwie richtig lassen pickaxen er hat begegst mit oder ohne nicht schwer hat zu verpacken oder ohne 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 die gex wir machen die dauerung von low warte ich hieß aber dann auf ihn wenn ich in der Sonne verregte suchen wir suchen ihn einfach alle sag mir wenn ihr siegt auch übel für ihn setzen anders und für keinen was machst du ich hab im Busch geschossen 6 der Beier das ist ein bisschen rumlaufen ich sehe ihn hinter dem stein mach ich den stein weg stein weg los geht's er hat kein Ding schützt mehr kommt er auf abstand ja moin oh mein der arme hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht gut und die 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 die